Die sollen mal schneller abladen da hinten, die Schweine. Gut, noch bewegt sich der LKW nicht. Das kann man jetzt oben da anhand des Kompasses so ein bisschen sehen. Glaube ich zumindest. Naja, doch, das ist der LKW. Ja, jetzt heißt es abwarten. Jetzt bewegt sich der LKW. Jetzt kann man sich den Kompass so ein bisschen bewegen sehen da oben. Jetzt müsste er gleich kommen. So, jetzt fährt er raus. Fährt um die Kurve und kommt uns jetzt entgegen hier. Sehr schön, so muss das aussehen. Und da kommt er. Die noch nicht. Gibt die Fahrzeugpapiere. Hilfe, Überfall. Hilf mir doch jemand. Ich werde überfallen. Tom, das war wirklich nicht nötig. Ich treffe Sam und warte dann auf dich. Ja, ja. Und einsteigen. Ja, jetzt rennen wir doch nicht von LKW hier, Junge. Ach, Entschuldigung, mein Fehler. Ja, dann rennen wir doch nicht von Waren hier, Junge, Junge, Junge. So, jetzt habe ich jedenfalls die Papiere, müsste ich jetzt haben. Und jetzt heißt es, die Kisten aufladen. Wollen wir mal sehen. Entladen. Haben sie uns die Kiste ja freundlicherweise hier. Wollen wir mal nicht allzu viel Gas geben hier. Nicht, dass wir jetzt nur angehalten werden. Ich habe zwar Papiere, aber... Blutflecke hier auch irgendwo drauf wahrscheinlich. Und, äh... Gibt dann ganz dumme Fragen manchmal. Ich mache... Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Dieses ICQ-Tuten von den Schiffen, das ist wirklich fürchterlich. So, da bin ich auch schon wieder... Ja, ich habe die Fuhre weggebracht. Dann, äh... Mach mal. Ja, bitte. Ja. Na gut, dann fahre ich wieder. Habe ich die Papiere da hinten liegen gelassen? Ich hätte vielleicht mal die Leiche untersuchen sollen von dem Idioten. Dann gehen wir die noch fix holen. Fahre wir mal fix ein paar Papiere holen. Hoffentlich kommen jetzt hier keine... Keine Polizei irgendwo. Ja, wie soll ich denn jetzt hier dran vorbeikommen? Äh, einer von euch beiden muss jetzt mal schneller fahren hier. Oder abbiegen, genau. So, dann wollen wir mal gucken gehen jetzt hier. Da sind die Papiere. Papiere aufgehoben. Na, haben wir die doch. Dann wollen wir mal wieder weiter. So, dann haben wir das ja schon mal erledigt. Jetzt heißt es nur noch die Kisten aufladen. Und dann... Dann geht's nach Hause, schätze ich mal. Naja, so einfach wird das hier auch nicht werden, denke ich. Was machst du denn hier? Ich bin mal weg da. Bleib da einfach mitten auf der Einbindung stehen hier. Das geht ja gar nicht. So, da sind wir auch schon. Muss ich jetzt hier... Ne, ich hab hier... Ich wollte gerade mal gucken, ob ich die Papiere irgendwie auswählen muss. Aber die Papiere, denke ich, werde ich ihnen jetzt wohl automatisch überreichen. Muss man mal gucken, ob das so funktioniert, wie es soll. Ja, da hast du. Okay. So. Oh, ein Safe Point. Sehr schön. Gut. Da wollen wir mal gucken, wo die sind. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo das ist. Wo wir hier hin müssen. Was ist denn das? Ist das hinten bei dem Lagerhaus, wo wir ihn schon mal erlegt haben? Ist das hier? Da stehen so komische Kisten. Ist das hier? Ja, das ist es. Da, die sind das. Hallo, ich soll hier aufladen. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ähm, ja, Chef. So, wie werde ich die Kisten jetzt hier wieder los? Hallo, ich möchte die Kisten hier loswerden. Ach so geht das. Ja, ja, lass mich doch mal. Ich fahre hier fix anders ran und dann, äh. Versuchen wir das Ganze mal so. Na, wenn der jetzt noch ein bisschen länger auf Klo braucht, dann, äh. Na, das geht doch sehr gut hier. Ich glaube, das Ablegen geht sogar automatisch. Ich muss gar keinen Knopf drücken, wie das aussieht. Ich drücke zwar immer automatisch die rechte Maustaste, aber anscheinend geht das so. Ach so, ne, ich muss doch drücken. Dann sah das nur so aus, weil ich immer rechtzeitig gedrückt habe. Gib mal so eine Kiste hierher, hier. Ei, ei, ei. Die Dinger alle verladen hier, das ist ja auch so eine Sache für sich. Wo willst du damit hin? Diese Kisten fasst niemand an. Du kamst mir doch gleich verdächtig vor. Wache! Wir haben hier einen Eindringling! Wache! Ach, da hat er mich erlegt. Das ist ja mal doof. Hm, jetzt ist die Frage, wie machen wir das am dümmsten? Neuer Versuch. Gut, wir haben zumindest wissen, wo wir hin müssen. Jetzt heißt es nur noch da, die Kisten richtig... Ich weiß, ich könnte... Ich weiß auch schon ungefähr, wie ich das mache. Nein, jetzt möchte ich noch etwas anders parken. Ja, so ist besser, wesentlich sogar. Ich denke, ich weiß schon, wie ich das mache. Ja, da hinten sind die Kisten. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Ja, das hat man schon. Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ähm, ja, Chef. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du nicht wütend machen. Das tue ich dir zum letzten Mal. Na, was machst du denn? Acht Prozent HP nur noch. Ah, da haben sie mich erwischt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das am besten? Ich würde ihn natürlich ganz gerne K.O. hauen, aber wir können ja erstmal gucken, wo er hinläuft fürs Klo und vielleicht können wir ihn da drin dann irgendwie umhuten. Versuchen wir das mal. So, dann machen wir das Ganze nochmal. Das hatten wir schon. Danke, danke. Das kann ich ja nicht mehr überspringen. Ja, das ist ja... So, dann gehen wir da mal hin. Hallo. Ey, du. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Wer hat richtig böse? Da haben sie mich. Ich denke, ich muss hinter ihn kommen, bevor er mich anspricht. Und dann muss ich ihm versuchen, einen mit dem Baseballschläger überzuziehen. Das könnte auch funktionieren. Versuchen wir das einfach mal. Ja, das war jetzt gerade so wenige Sinn der Sache, aber naja. Ja, bleiben wir ruhig mal so stehen. Ja, das interessiert nicht. Komm, das hatten wir alle schon. Wir lassen uns noch 500 Mal jetzt die Kisten zeigen hier und dann sehen wir weiter. Ah, jetzt haben sie mich natürlich wieder gesehen hier, die Schweine. Den haben wir. Muss hier immer noch einer sein. Was ist der denn jetzt? Ich weiß, dass du hier irgendwo noch rumkrebst. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Du hast mich gar nicht.